Herzlich Willkommen zurück Leute, Chaos-Rack Global Offensive mit dem Rest von der Homeboy-J-Crew. Wir sind noch zu dritt. Boteimer regelt. A lang frei. Boteimer wieder. B. 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 Da ist er. Wir sind auf B schon. Gelte in den Mod. Ich hab ein. Ach komm. Jetzt haben wir die Hagels an. Ja alter der Russer da. Der ist nicht Russ, aber er hat gelogen. Komm Fisk. Ja. Das ist sicher. Wir müssen da was und Pissen auf. Voll verkackt. Wir mussten uns jetzt gerade noch anhören von einem Russen, dass wir Balls zacken, ja? Ja, Shithole. Großartig, Shitholes, genau. Shitholes heißt. Ihr Scheißlöcher. Der schwirrt der Frame. You Shitholes. Russian Middle, okay. Ja, ich kicke direkt ein Handy. Langen Flash. 2. Alter, ja, durchgebannt! Ich bin so gut wie tot. 4 auf lang. Ja, einer ist kurz und der... Ah. Ja. Graul läuft. Graul läuft! Gizmo da. Der macht hier einfach den 360... Headshot-Banger, ja? Boah, spitz! Jetzt haben sie doch gesagt, mach mal den Sack zu, Scheiße. Oh, der. Gefeißt dich. Er wurde von rechts auch beschossen, oder? Ne, durch Wand bestimmt. Können auch sein. Ja, übrigens, wir wurden drauf aufmerksam gemacht, unter einem Video, einem Comment. Da wurde gesagt, ja, nicht jeder gegen den wir verlieren, der cheatet automatisch. Doch. Doch, genau. Wow. Natürlich. Das ist die Mentalität des Counter-Strikes. Hat jemand schon mal einen Counter-Strike gegen einen Nicht-Hacker verloren? Ne, ja, gar nicht. Eben nicht. Ja. Eben nicht. Das ist wie bei Tekken. Jeder von uns der beste Tekken-Spieler. Ja. Alle spielen sie Eddy. Alle spielen mit Eddy in Gordo, ey. Ich war richtig gut mit Eddy da. Doppelkurze. Ja. Ja, bei Eddy hast du ja auch nur zwei Knöpfe, die du drücken musst. Ja. Egal wie du sie drückst, hab ja was anderes. Kurz zwei. Ja. Drei. Alle kurz. Drei noch. Drei noch. Drei noch auf dem Spot. Einer auf dem Spot dann. Oder? Ja, ist noch was. Hinten beim Schlangenkörbe. Ja. Da ist der Cop direkt weg. Ja. So, jetzt AWP Action da. Komm du. GGD. GGD. Lass uns Gesichter zum Schmelzen bringen. Do not be afraid. Do not be afraid. Let's give it to them boys. Und hier keine Chance. Sack. Gizmo. Ombelig B. GGD. User in your channel time. Yeah. Der ist ja wieder weg. Ach nee. Ja genau das hatte ich auch gerade. Es fühlt sich so. Selbst der lange Disconnect. Es fühlt sich so, als würde Kabel Deutschland gerade Dinge durchgehen. Mitte. Ich hab ja noch stehen geblieben. Ist ja schlammig. Mitte immer noch. Mitte immer noch. Heiß. Mitte ist ham hot. Ja bin da bin da. Wenn du nochmal weggehst. Ne brauche ich nicht. Ich störe mich hier nicht. Arbeite hier. Ich hatte noch 15 AP. Ich weiß. Der ist ja direkt vor die Füße ey. Ja du tippst doch dann nicht aus Versehen ey. Nein. Kommt nicht in Frage hier ey. Guck Katas oder so. Sei mal nützlich. Katas oder gucken zwei alter. Ich stehe hier rum und kann nix tun. Wie immer. Sei mal einmal nützlich. Komm tanz für mich Schlampe. Ich schieß gleich einmal zurück. Das will ich nicht. Na gut. Einmal noch. Der wird Mitte kommen. Oder der wird halt in der Terrorbase irgendwas verheben. Was er gefunden hat. Der kann noch save seine Pommes oder so. Ich weiß es nicht. Ziti. Ziti. Du laberst halt scheiß Junge. Ich würd's auf ne Karte sehen. Hättest du ihn gesehen. Ja ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab das geahnt. Ich hab das gesehen. Spideysense Junge. Seh den kann er gar nicht. Ich hab Taberbase im Blick. Und wenn er sich schon die ganze Zeit da versteckt. Wird doch Katas angesallt. Ja. 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 Rocket Jump. Rocket Jump. Rocket Jump mit der Nate. So komm. Wir holen das noch Leute. Komm. Ja wir haben jetzt walled und nicht Heini oder wie er hieß. Ja. Ich glaub nicht dass er so gut ist. Die kaufen keine AWP's ey. Das wundert mich. Auf Terrorseite. Auf C-Seite hatte jeder zwei. Und dann vielleicht ist er. Mittell ist wieder hot. Vielleicht ist der AWP nicht aufgelaufen. Mittell hinter der Kiste. Hinter der Kiste Mittell. Druck. egger. Du hast die Kiste im Kopf verdrissen. Ahh. Geh mal. Du hast die Kiste im Kopf verdrissen. Was. Die Kiste Biology? Dankbar einer, ich geh da mal weg. Da muss der Letzte sein, wenn... Ja, keine Ahnung, wo er hingelaufen ist. Ja, Mitte. Rechts im Stümpeereck. Geht er eher kurz oder eher Ramp runter? Richtung Kurz, glaub ich. Da schießt er ihm in den Kopf. Also, in die Richtung. In die Richtung. Kopf war auch in der Nähe. Ja. Wir haben noch einiges vor uns, ey. Und Fisk dürfte auch gern mal wieder erscheinen. Ja, wär gut, ne? Aber der erste Disconnect ist immer so ein kurzer und dann kommt er lang. Gerade ich gestern auch. Genau dasselbe. Einmal war ich ganz kurz weg. Und dann hat es irgendwie 10 Minuten wieder. B ist nix. Doch, B ist was. Ist ham hot. Die war so perfekt. Die sieht nicht mehr, Alter. Dann tut sich was. Bleibt ruhig auf B. Hier ist noch nix. Hier ist noch nix heiß. Ja, B ist... B, 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 B. Drei, vier. Alles klar, das war's. Fünf, alle. Einer ist Katast zurückgegangen. Durch die Wannen. Einer ist hinten bei den Kisten. Faggetti. Was? Faggetti. Faggetti hat's gemacht. Unglaublich. Ja, hier, Alter. Jetzt mach keinen Mist. Wir brauchen jede Runde. Ich mach doch gar nix. Hast du mehr Angst, dass ich dich hier besser anerbaue? Hier einfach drauf A oder so. Hier, komm, Alter. Lutsch mein... Lauf. Lutsch mein mächtigen Lauf. Hier, komm. Suck for Suck, ey. Suck for Suck. Jetzt haben die AWP's, seh ich doch. Ja. Oh nein. Wallet. Walt. B ist doch ruhig. Weißer jetzt. King on Sack. Hat Walt erwischt. Wie sieht's auf A aus? Bani ist durchgelaufen. Oh, das ist... Der Typ, ne? Ah, kurz. Zwei durch jetzt. Alter. Das war schade, Creepo. Du hast sogar den Weg getroffen. Ah, vergete die. Das ist ja... Ne? Sogar Walt hat mehr Kills, als du. Und das hast du sogar gemacht? Ja, eben. Ja. Schon traurig. Die Fresse, ey. Echt? Ah. Ja, Fisk, ne? Fisk, ey, wer... Ja, Fisk hier ist. Hat er noch einen Ben bekommen. Oh Gott, die haben 100 AWPs da stehen. Und Walt rennt einfach in die Mitte. Ich hab' leck. Bebot ihn. 44, ein zwei. Nice. Ah, die Bombe da? B, B, drei. Komm jetzt raus. Es waren nur drei, ne? Ja, es ist nur einer bis jetzt gestorben. Nein, einer sitzt rechts. Ist genau der. Ja, ja, aber das Matzai, der weiß das ja. Der hat halt an, ne? Der weiß, dass da links noch einer war. Ja. Da musst du nicht gucken. Ach, ja. Heute ist aber wieder. Heute läuft's, ey. Heute läuft's. Alle, die, ne, die beiden Idioten, die ich gerne in meinem Steam-Profil gesehen habe, weil ihr Profil auch privat bestellt, ey. Ja, natürlich. Hat schon seine Gründe. Die einzigen Guten in dem Gegner-Team, ey. B ist, äh, sauber. Nee, B ist nicht sauber. Bombe liegt, B, Cutters unten, alles, Dinge und Kirchen oben, zwei, fünf. Gehen Mitte raus, einer steht da. In Mitte raus. Also, nach hinten raus. Auch auf den Spot sind sie gegangen, glaube ich, wieder. Wird geplantet. Scheiße, was war's? Jetzt können wir andersrum gehen. Shit. Ach, miss. Wo war der? In der Ecke der zweiten, ja. Heute geht nix. Heute geht nix. Ah, sie da jetzt eben gewinnen da, die Faggots. Also, der super Freund-Database. Kann gar nicht mal die Maus richtig halten. Spielt er mit seinem Freund, mit einem privaten Steam-Profil und ohne Bild. Da wurde auch Super-Sub gemacht, ey. Der ist, der ist super gut, Dalu. Der ist super gut. Ja. Also, jetzt kommen wir nicht hier mit so, mit so falschen Anschuldigungen und so einer Kreis. Das fing nicht in Ordnung. Super-Freund, Fagg-Rap wieder. A kurz kommt, mit rauskommt. Double-Kill mit einem Schuss. Habe ich auch schon gemacht. Ah, kurz. Mitte, Mitte zwei noch. Beide AWP Mitte. Stehen oben rechts beide. Ach, warum treffe ich keinen von beiden? Was soll denn das, ey? Wo stehen die? Ja, Mitte. Mitte oben. Oder auch nicht. GG, schaut in der Videobeschreibung Bis zum nächsten Mal, tschüss Bis dahin, abonnieren nicht vergessen Und auf elbster.de vorbeischauen, tschüss Tschüss